Hallo, hier ist der Roto1986. Herzlich willkommen zu Bed with Arkham Knight zu Part 100 5 und 50 und machen wir weiter die ganzen Riddler Trophäen zu sammeln er schreibt einfach mal bitte in die Kommentare ob ihr das mögt wenn ich die hier als wenn ich das jetzt hier zeige die Trophäen sammle oder ob ich sie lieber Offscreen machen oder wie ich es nicht eher nicht sehen wollt schreibt einfach in die Kommentare und dann werden wir es merken oder sehen ah ja hier toll und wie funktioniert das ist dieses Ritz jetzt super aber wie funktioniert das jetzt wieder ja schön ok mhm mhm Jaja, es wird aber langsam am Ende noch der eine, dann wird's richtig eng, klar, aber... Oh, Mann... Ah, ja, das sind Zahlen, okay... Ähm... Ja, da jetzt nicht mal ganz so ungerecht, das stimmt! Okay, die Zahlen müssen ja irgendwas zu bedeuten haben... Warte, ich schreib's mir mal für den Fall auf... Ähm... Okay, das war's... So... So, so... Hm... 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 Wo ist irgendwas zu bedeuten, um die Zahlen hier? Weil, und... äh... 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 Tsss... Was... Wie ihr euch Gedanken... Wie ihr euch die Gedanken gerade darüber macht, ey... Aber... Hier ist halt auch nicht mehr ganz dicht... Ohne Witz... Äh... Ist klar... Äh... So... Okay... Was macht die Fledermaus hier? Ich mach hier gar nichts... Was euch denn... Ich mach hier gar nichts, was euch nicht angeht... Ach... Kommt... Hm... Äh... Äh... Warte mal... Äh... Äh... Denk dran, den... Ein gemeiner, einromeinanderses Todesfall... Illegal, heptische... Preist, hafte, abwarte Todesfall... Du solltest die Mühe zerlöst... ...dein armer Schuhen... Jaja, ist gut, ist gut, ist gut. Aber wisst ihr, wie schwer dieses Rätsel zu knacken ist hier? Ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Ähm. Hm. Ja, natürlich hab ich nen Panzer, das habt ihr den nicht glaubt. Hm-mm. Das ist unfair! Hm-mm, hilft mir auch nicht weiter. Was ist das unfair? Ich find's nicht, ich find nicht, dass das unfair ist. Ich geh mal ein Stück dann weg mit. Hä? Hä? Das ist grad blödsinnig, warte. Hm. Ohne Witz, ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Warte mal. Das Trophäen, hoffentlich ist er steckt. Ich bin von Edward Liebmar. Ich bin von Edward Liebmar. Ich bin von Edward Liebmar. Ah, hier ist der Ritter, hier ist klar, ist klar, aber... Äh. Puh. 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 Ja gut, dann geh mal weiter, weil ich... Puh. Dann müssen wir hier die, wo ich nicht kriege, einfach mal weitergehen und dann müssen wir die immer halt, weil... die anderen eben halt fürs Ding machen, wenn ich dann weiß, wie ich sie krieg. Okay. Und wird das jetzt der letzte Part sein für heute? Hä? Warte mal, was war das? Okay, ich hab gedacht... Alter, ich hab grad gedacht, da war ein richtiges Freund. Ja, warte mal. Hm. So, dann haben wir jetzt das, so. Dann schauen wir mal schnell hier bei den... Die ersten immer noch die vier, okay. Äh, warte mal, so, wesentliche Dinger. Das ist ja wie in Arkham City! Wir haben die ganze Stadt für uns! Ja, ja, ja. Glaubt das nicht, dass ihr die ganze Stadt für euch habt. So einfach ist das gerade nicht. Das kann ich mir glauben. Ja, weh. Ich weiß, dass das ausbringt. Seht ihr. Ich weiß, du kannst es nicht bauen. Ich weiß, dass das ausbringt. Ja. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas mit Arte Ok dann spring ich mal hier raus dann muss das hier irgendwo hier irgendwo was zum reingehen geben irgendwas hier müsste es doch geben fehlt eigentlich nur noch dass dieser Freak aus Metropolis hier reinschneit welcher Freak meint denn hier jetzt gerade ich weiß grad nicht von welchem Freak hier gerade redet hm das GCPD war ein verfluchtes Kriegsgebiet ja das ist schön für dich ok warte hm ach so hm ja zwischendrin steht das Ding he he äh ich bin auch ein Trottel so wo ich den hier jetzt so da war wieder eine wo wir leicht hatten dann das wer kontrolliert jetzt die Miliz wenn er da weg ist ich glaub niemand mehr hat er euch ich glaub niemand mehr hat er euch hm so da muss ich dann gleich gucken wieviel er er gehe hm hm ich geh kurz mal hier hoch so so ich glaub da muss ich dann bestimmt irgendwo hier rein wahrscheinlich kann das sein hm Kann das sein, dass ich da irgendwo rein muss? Okay, kann ich das Mobil nicht herholen? So, jetzt muss ich grad gucken, ob man da irgendwo rein kann. Hm. Das ist jetzt die gute Frage, muss man... Ja, das war vielleicht ein Halloween. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Hm, ich bin ganz normal da drauf. Okay. Wart mal. Da kann man nur runterklettern, aber das bringt mir grad nicht viel weiter. Hier runter zu klettern bringt mir grad nicht viel weiter, wenn ich nicht weiß, ob ich da irgendwo da... Jo. Äh, das weiß ich selber, Alter. Hm. Äh, warte mal, kann ich da vielleicht dann hier durch die Türe? Geht's vielleicht nicht? Hm. Äh, äh. Junge, haut ab jetzt. Wenn ich nur mal auf den Piss gehen, Alter, dann werd ich bös. So. Okay, scheinen kann ich einschlagen, aber da komm ich auch grad nicht rein. Alter, irgendwie muss ich da irgendwo einen scheiß Weg hier reingeben. Meine Güte, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Dass es hier keinen Weg rein gibt. Wer führt jetzt die Miliz an? Hm, da geh jetzt nicht gleich die blinden Battling, das ist auch grad. So. Ja, ja, schön für dich, Freundchen. Hm. Alter, die sind dann... Echt? Da kommt so, glaube ich, weil da... Dass du so gar nicht mal an die scheiß Rätsel kommst, weil... ...da an die Trophäne-Trittchen kommst, weil... ...du nicht mal weißt, wie du da rankommen sollst, verdammt noch eins. Äh, ich sag doch, wir sollten uns aufteilen. Was heißt, wenn die Fledermaus kommt, wenn wir uns die Beine brechen? Ich hab' gerade die Notaufnahme verwüstet. Hm. Wenn ich euch die Beine breche, dann sieht's scheiße aus, klar. Dann hätt's die halt Notaufnahme nicht verwüsten dürfen, Alter. Hm. Hm. Ich weiß auch nicht, wie du da reinkommen sollst, willst. Da hättest doch... ...grad nerven, ey. Ich weiß echt nicht, wie du da hättest. Bilder, hättest du da reinkommen sollst, oder willst. Ich geb's nix zum Einballern oder irgendwas. Rein zu springen hier. Und hier uns wieder. Warte mal, ich geb's hier runter und dann schnell hier hoch. Dann, pfff. Bei uns ist es auch sein Fall, dass mir das nicht klappt. Äh, warte mal. Bis zum Morgen gibt's hier mehr Pflanzen als in einem Naturreservat. Und dann sind wir die vermeistern bedrohte Spezies. Hm, hm. Komm ich an? Hallo? Wo ist denn jetzt die scheiß Trophäe? Ich hab mich jetzt grad ein bisschen reinlegen, kann das sein? Sagt jetzt nicht. Äh. Leute, es wirkt... Ach. Warte. Warte. Warte, wie soll man denn da reinkommen, bitte schön. Warte, die Rosarine-Can befinden Sie plötzlich in der Schusslinie. Hm, schön. Aber das ist nur bekloppt mir nicht, die an die verdammte Trophäe kommen, wenn ich nicht weiß, wo die Bienen der Trophäe ist. Das ist doch grad nerven, ey. Einfach wirklich. Ja, gut. Dann lassen wir das jetzt für heute und brechen ab und machen morgen wieder weiter. Also dann, ciao, gute Nacht.